Die hierzu erwerbende 3-Zimmer-Etagen-Wohnung befindet sich in Maintal. 1972 wurde das Wohnhaus erbaut. Das Objekt verfügt über zwei Schlafzimmer, ein Badezimmer sowie eine Einbauküche. Die Ausstattung befindet sich in einem gepflegten Zustand. Die Etagenwohnung bietet eine Wohnfläche von ca. 89 m². Der Kaufpreis der Wohnung beläuft sich auf 125.000 Euro. Kontaktieren Sie uns. Für die Vereinbarung eines Besichtigungstermins stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.